Vouch DS900X Das nachfolgende Video beschreibt, wie man den TPS, Drossel Position Sensor oder Drosselklappensensor, resettet bzw. initialisiert ohne Spezialwerkzeug, nur anhand von einer Einstellung am Fahrzeug. Dadurch verändert sich die Gasannahme. Es gibt ein sanfteres Beschleunigen, Gasannahme, nicht mehr so robig wie vorher. Der erste Schritt, den Kielschalter auf Ausschalten. Der zweite Schritt, Zündung einschalten. Den Motor nicht starten. Sportmodus aktivieren. Kielschalter auf Anlegen. Motor nicht starten. Den Gasdrehgriff in einem Bereich von ca. 10 Sekunden langsam auf Vollgas drehen. Auf Vollgas für 20 Sekunden halten. Gasdrehgriff 10 Sekunden langsam wieder zurückdrehen. Zündung ausschalten und 15 Sekunden warten.